Zuordnung Schaubild-Funktionsterm In den Pflichtteilaufgaben, vor allem in Aufgabe 5, kommt es immer wieder vor, dass man Schaubilder Funktionstermen zuordnen soll. Es kommt aber auch umgekehrt vor, dass man ein gegebenes Schaubild hat und aus diesem einen Funktionsterm herleiten soll. In den Wahlteilen wird zuweilen die Frage gestellt, wie ein Funktionsterm aus einem anderen entsteht. Hierfür benötigen Sie eine gute Vorstellung davon, wie sich Nullstellen, Extrempunkte, Asymptoten, Verschiebungen in x bzw. in y-Richtung dann im Funktionsterm darstellen. Hierzu betrachten wir als erstes die Verschiebung in x-Richtung. Es stellt sich also die Frage, wie wir eine Funktion f von x im Koordinatensystem um a-Einheiten nach links oder nach rechts in x-Richtung verschieben. Nun, wenn wir aus der Funktion f von x die Funktion f von x plus a machen, das bedeutet, dass wir im Argument, sprich im Parameter x an dieser Stelle, noch ein a dazuzählen oder ein a abziehen. In dem Fall sagen wir einfach mal, wir wollen 1 dazuzählen, dann bedeutet das nichts anderes als eine Verschiebung des Graphen von f von x in x-Richtung. Es kommt darauf an, wie das a beschaffen ist, ob jetzt das a positiv oder negativ ist, dann handelt es sich um eine Verschiebung nach links oder um eine Verschiebung nach rechts. Ist das a hier positiv, also a größer 0, dann handelt es sich um eine Verschiebung nach links. Ja, das muss man sich hier gut merken. Es handelt sich nicht um eine Verschiebung nach rechts. Ist das a kleiner 0, also negativ, handelt es sich dagegen um eine Verschiebung nach rechts. Das möchte ich Ihnen hier kurz einem Beispiel erklären, wenn wir mal von der Normalparabel f von x gleich x² ausgehen. Und wir schreiben im Argument, also statt dem x, ein x plus 1. Wir bilden also x plus 1 ins Quadrat. Damit hätten wir dann die Normalparabel, die ja hier im Ursprung beginnt, nach links um eine Einheit verschoben. Bilden wir umgekehrt den Funktionsterm f von x-1. Wir ersetzen also jedes x im Funktionsterm durch x minus 1. Hier wieder die Normalparabel f von x gleich x² und hier drin das x ersetzt durch x minus 1. Dann haben wir f von x gleich x minus 1 ins Quadrat und das ist nichts anderes als die Normalparabel, um eine Einheit nach rechts verschoben. Als nächstes betrachten wir die Verschiebung in y-Richtung. Daran ist gar nichts Besonderes. Wir haben eine Funktion f von x vorgegeben und wenn wir auf die Funktionswerte, also auf die Funktion f von x, einfach noch ein b hinzuzählen, dann bedeutet das, dass es sich um eine Verschiebung in y-Richtung handelt. Jeder Funktionswert wird um einen gewissen Konstantenwert b erhöht. Für den Fall, dass wir ein positives b haben, dass wir auf die Funktionswerte zählen, dann ist das eben nichts anderes als eine Verschiebung nach oben. Falls b negativ ist, dann ist es eben eine Verschiebung nach unten. Auch das wieder am Beispiel der Normalparabel aufgezeigt. f von x gleich x Quadrat ist ja die Normalparabel. Wenn wir hier auf das x Quadrat 1 draufzählen, dann verschieben wir die Normalparabel aus dem Ursprung um 1 nach oben in y-Richtung. x Quadrat minus 1 wäre entsprechend eine Verschiebung um 1 nach unten in y-Richtung. Eine Funktion f von x kann natürlich auch gestreckt oder gestaucht oder gespiegelt werden. Nun, wenn wir eine Funktionsvorschrift f von x haben und diesen Funktionsterm mit einem Faktor c mal nehmen, dann ist das nichts anderes als eine Streckung in y-Richtung oder eine Stauchung. Das kommt ganz darauf an, wie dieser Faktor c hier beschaffen ist. Wenn nämlich c größer 1 ist, dann bedeutet das, dass die Funktionswerte allesamt vervielfacht werden. Und wenn wir beispielsweise wieder von der Normalparabel ausgehen, dann bedeutet das, dass die Normalparabel hier einfach nach oben in y-Richtung gestreckt wird. Aus x Quadrat wird dann zum Beispiel 2x Quadrat. Die Funktionswerte werden dabei schneller groß, als das bei der Normalparabel f von x gleich x Quadrat der Fall ist. Liegt der Faktor c zwischen 0 und 1 zum Beispiel bei 1 halb, dann können wir sehen, wenn wir beispielsweise 1 halb x Quadrat bilden, dass sich dann die Parabel weiter öffnet. Das bedeutet, dass sie gegenüber der Normalparabel x Quadrat einfach gestaucht wird. Im Fall c gleich minus 1 wird aus jedem Funktionswert das negative Gegenstück. Das heißt also, wenn man die rote Funktion hier, das 2x Quadrat, mit minus 1 mal nehmen würde, dann hätte man eben minus 2x Quadrat und jeder Funktionswert hier würde zum genauen negativen Gegenstück. Das wäre eine Kurve, die hier innen liegt. Und das ist dann nichts anderes als eine Spiegelung an der x-Achse. Wenn wir jetzt zum Beispiel von der Normalparabel ausgehen, von f von x gleich x Quadrat und wir ein Minus davor setzen, also minus x Quadrat bilden, ist das nichts anderes als die Normalparabel, aber gespiegelt an der x-Achse. Somit haben wir jetzt, dass für Faktoren c größer 1 eine Streckung vorliegt, der Funktion. Für Faktoren, die zwischen 0 und 1 liegen, ist es eine Stauchung und für den Faktor c gleich minus 1 ist es genau eine Spiegelung an der x-Achse. Natürlich kann ich auch Faktoren wie minus 2, minus 3 oder etwas ähnliches angeben. Ich kann also beispielsweise minus 2 f von x bilden und wenn wir in dem Fall wieder von der Normalparabel ausgehen, 2x Quadrat ist die rote Darstellung hier und wenn wir minus 2x Quadrat bilden, dann ist es eben diese rote Kurve an der x-Achse gespiegelt. Wir können also eine Stauchung zusammen mit einer Spiegelung oder eine Streckung zusammen mit einer Spiegelung an der x-Achse mit einem einzigen Faktor, nämlich hier mit dem Faktor c, erreichen.